Heidi Klum teilt ein seltenes Foto mit ihrem Sohn Henry. Eigentlich hält das Topmodel den Großteil seiner Kinder weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun macht die Germany's Next Topmodel-Jurorin eine Ausnahme. Im Netz teilt sie erst ein Video, das sie mit ihrem ältesten Sohn bei einem Mittagessen zeigt. Anschließend veröffentlicht die 50-Jährige noch ein Foto, auf dem sie eng umschlungen mit Henry posiert. Das Mama-Sohn-Duo wirkt total vertraut und lächelt in die Kamera. Offenbar genießen Heidi und Henry einen entspannten Tag zusammen. Die drei anderen Kinder der Model-Ikone, Leni, Johan und Lou, sind nicht auf den Aufnahmen zu sehen. Im Vergleich zu ihrem Bruder Henry steht Leni mittlerweile selbst im Rampenlicht. Die 19-Jährige zieht einige Model-Jobs an Land und unterstützt ihre Mama auch bei ihrer Castingshow. Vielleicht zieht Henry bald mit seiner Schwester gleich und wagt auch den Sprung in die Öffentlichkeit.